Der russische Präsident Wladimir Putin will erneut die russischen Streitkräfte vergrößern. Künftig soll die Zahl der bewaffneten Kräfte auf rund 1,32 Millionen erhöht werden, wie aus dem Kreml, vom Kreml veröffentlichten Dekret hervorgeht. Das wäre dann eine erneute Steigerung um etwa 170.000 Vertragssoldaten und Wehrdienstleistende. Eine Mobilisierung sei aber nicht geplant, heißt es. Christoph Wanner in Moskau. Diese Aufstockung der russischen Armee, ist das überhaupt realistisch? Und womöglich ja trotz aktueller Beschwichtigungen dann doch der Startschuss für eine neue Rekrutierungswelle? Der Kreml begründet die Aufstockung der russischen Truppe um 170.000 Mann auf insgesamt 1,32 Millionen. Damit, dass ja im Augenblick noch die Militärspezialoperation läuft, das heißt der Krieg in der Ukraine weitergeht. Und mit den Erweiterungsmaßnahmen der NATO, die nach Osten, nach Norden erweitert, immer präsenter wird. Und darauf müsse Russland reagieren. Ich denke, diese Erweiterung ist realistisch. Und zwar, weil ich der Meinung bin, dass die treibende Kraft Geld ist. Jetzt nicht bei allen Soldaten, potenziellen Soldaten, das darf man diesen Männern auch nicht unterstellen, aber bei vielen. Wenn man sich nur mal überlegt, wie viel verdient ein junger Mann in der Provinz im Durchschnitt in Russland? Das sind vielleicht so umgerechnet 400, 500, 600 Euro. Und dann kommen die Militärs und bieten den Soldaten einen Mindestsold in Höhe von rund 2.000 Euro pro Monat. Das betrifft einfache Mannschaftsdienstgrade. Und je höher der Dienstgrad, desto mehr Geld gibt es auch. Dazu dann die Gefahrenzulagen, Kompensationen für Verletzungen, auch für den Todesfall, für die Angehörigen. Und all das ist wie ein Magnet, das zieht bei sehr vielen Russen. Und deswegen glaube ich auch, dass Putin auf eine weitere Mobilmachungswelle verzichten wird. Zumindest im Augenblick. Der russische Präsident erinnert sich sehr gut an das Jahr 2022, an den September, als Russland eine Teilmobilmachung durchgeführt hat, 300.000 Mann eingezogen hat. Und das Echo in der Bevölkerung war äußerst negativ. Und das will Putin vermeiden. Vor allem auch deshalb, weil nächsten März sind Präsidentschaftswahlen. Da wird der russische Präsident wahrscheinlich wieder antreten. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Zweifel, auch wenn er das noch nicht öffentlich gemacht hat. Und da will er Ruhe im Land. Und deswegen wird das Ganze über Geld gelöst. Und das wird funktionieren, denke ich. Und damit dürfte das Problem Soldaten und Manpower gelöst sein. Und das ist auch nicht möglich. Okay. Vielen Dank.